Hallo liebe Teilnehmenden im Kurs Elektrotechnik zum Anfassen in der Webakademie. In diesem Video möchte ich zusammen mit euch einen Blick auf die Schaltung vom vierten und fünften Tag werfen. Das ist ein Spielautomat, in dem vier LEDs unterschiedlich schnell blinken. Eine blinkt ganz langsam und die nächste doppelt so schnell und die nächste doppelt so schnell und die letzte nochmal doppelt so schnell. Ich weiß nicht, ob man das in der Bildwiederholrate der Kamera überhaupt sehen kann. Und wenn man dann den Taster drückt, dann hören die LEDs auf zu blinken. Und ich habe jetzt sogar das Glück gehabt, dass ich es geschafft habe, genau in dem Moment zu drücken, in dem alle LEDs aus sind. Aber das schafft man natürlich nur im Schnitt alle 16 Mal. Jetzt leuchtet die erste und die letzte und jetzt leuchten zufälligerweise genau alle. Auch wieder ein ziemlich großes Glück. Und das ist genau das, worum es in diesem Spiel geht. Und weil man das Blinken der LEDs, weil das so schnell ist, so gar nicht so schnell analysieren kann, möchte ich das jetzt mit euch nochmal auf diesem Messgerät hinten anschauen, einem Osloskop. Und zwar einen ziemlich guten. Das hat nämlich vier Kanäle, mit denen man das Blinken von vier LEDs gleichzeitig anschauen kann. Und das machen wir jetzt mal. Und das machen wir jetzt mal.